Jo, dat war, dat war richtig gut. Da bin ich stolz drauf. Ah. So. Na, machst du heute noch irgendwas, oder nicht? Aha. Gut. Scheint nicht. Soll ich das scharf benutzen? Soll ich es riskieren, Leute? Ich riskiere es. Hier rein. Bam. So. Zwar war es zwar nicht ganz effektiv, aber immerhin einer ist tot. Ich komme meinem Ziel also immer näher. Die haben eigentlich keine Chance, mich da oben zu treffen, außer die nehmen die Bazooka und die Druckwelle tötet mich dann irgendwie, aber glaube ich nicht, dass die so schlau sind. Wobei, die manchmal doch relativ schlau sind. Muss man schon sagen. Ja. Was könnte ich jetzt da am besten nehmen? Ich nehme nochmal eine heilige Handgranate und gucke, dass ich da irgendwie was mit treffe. Komm, geh nach hoch. So. Ja, das war jetzt... Das war halt scheiße. Das war richtig scheiße. Hat gar nichts gebracht. Ups. Das war nicht ich, das war der Wurm. Er setzt gleich direkt aus. Ja, das ist toll. Aha. Ist jetzt echt schwierig, irgendwas zu treffen, weil... die alle ein bisschen ungünstig... äh... platziert sind. Wann treffe ich damit was? Naja, die ist schon da oben explodiert. Oh, einen hat sie immerhin erwischt. Naja. Gucken wir mal, ob das noch was wird. Weil die stehen jetzt alle so verteilt. Ist nicht so... nicht so einfach jetzt. Oh, das ist mal mit einer Granate. Gleiche, was wir vorhin gemacht haben. So, irgendwie... Ne, die explodieren zu früh. Kann ich den Zünder nicht anders einstellen? Irgendwie ging das, aber ich hab keinen Plan mehr wie. Und... Well said, Milord. Oh, Mann. Wir gucken mal eben in die Optionen. Steuerung. So, Angriffsrichtung plus Lunte. Y. Okay. Fortsetzen. Ja, ich möchte das haben. Y. Ah, jetzt kann ich den Zünder einstellen. Fünf Sekunden, denke ich mal, ist gut. Und... Dann schauen wir nochmal. Ne, das war auch nix. Ah, ne, ich treff die da echt nicht, weil ich das scheiß Loch reingemacht hab. Uuuuuh. Wir könnten nochmal was anderes probieren. Ich mach da mal ein Loch rein. Vielleicht hilft mir das ja irgendwie. Keine Ahnung. Ah. Äh. Ja. Keine Ahnung. Versuchen wir's. Ja, eigentlich nicht so. Hat jetzt viel gebracht. Absolut gar nix. Ach. Ups. Dwarf. Ja komm, setzt doch gleich alle aus. Warum denn? Was soll denn der Scheiß? Scharf nützt mir jetzt nix. Ich muss jetzt einfach mal hier Initiative ergreifen. Ähm. Oh Gott, ich bin eigentlich... Oh mein Gott. Ohoho. Ich glaub, das war ein großer Fehler, da runter zu gehen. Wenn jetzt der falsche Typ dran ist, egal welcher dran ist, ich werde auf jeden Fall sterben. Boah, Leute, echt. Das ist... Das ist... Das mag vielleicht einfach aussehen, ja, aber es ist... Ne. Ne. Das ist einfach total kranker Scheiß. Ja, hoffentlich stirbt da wenigstens einer von. Ne, natürlich nicht. Doch. Ah. Das wird sich lange hinziehen, die Runde. Ah, ja. Ja, Baller noch ein bisschen sinnlos rum. Klar, warum nicht? Ohoho. Ohoho. Hehehe. So. Jetzt pass mal auf. Das machen wir doch direkt mal so. Ohoho. So. Ich lass jetzt einen von meinen Typen konstant da oben stehen. Als Absicherung, falls der andere stirbt. Weil da können die eigentlich nicht hin. Oh, nee. Nee. Warum muss der Wichser jetzt dran sein? Das ist absolut inakzeptabel. Der sich jetzt nicht komplett bescheuert anstellt. Was er aber tut. Ja gut, ich hab Glück gehabt. Das war echt Glück hier. Hätte auch ganz anders ausgehen können. Aber weil ihr so nett wart und mich nicht getötet habt, bin ich auch mal ein bisschen nett und mach's einfach kurz und schmerzlos. So. Ja, baller wieder irgendwo hin, wo es dir nichts nützt. Klar, warum nicht? Mach mal ein bisschen schneller, ich hab nicht ewig Zeit. Das ist schon wieder ewig hier, die Aufnahme. Furchtbar. Ähm, was, äh, was, 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 was? Was könnte ich da tun? Was könnte ich tun? Ich könnte einfach mal da eine Granate reinwerfen. Bam. Und sei der jetzt beide tot, würde ich gut finden. Ja, ist beide weg. Gut, da muss ich jetzt noch Med weghauen und dann ist da oben wieder Ruhe. Dann bin ich da wieder relativ safe und darf halt nicht runterspringen, weil das total behindert ist. Es ist sinnlos, da hochzuschießen. Du triffst ihn nicht, das ist absolut ausgeschlossen. Also, gib dir keine Mühe. Ja, kannst mal aufhören, rumzuschreien. Danke. Okay. Ja, weiß nicht, was ich jetzt da runterschmeiß. Würde mir das irgendwas bringen? Ja, ein bisschen was hat's gebracht. Ja, keine Ahnung. War gar nicht so dumm, glaub ich. Wirklich gut war es jetzt nicht, aber hey, was soll's. Zumindest hab ich da schon mal einen Weg runtergebaut. Fick dich. Fick dich. Du bist so ein blödes Arschloch. Maa. Es ist echt... Es sei, Kollege. Ich lass mich ungern verarschen, ja? Das hasst du jetzt davon. Guck mal, der tut bestimmt richtig gut. Aber das Dumme ist, dass er trotzdem nicht sterben wird, weil er zu viel HP dafür hat. Das ist nicht gut. Gut gesagt, mein Herr. Geh mal, Freunde. Geh mal. Geh mal, Freunde. Nein. 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 Geh mal, was der Doktor ordert hat. So. Nehmen wir wieder das hier. Ist klar. So. Ich hoffe, jetzt ist nicht König dran, weil sonst kann der uns mit einem Schuss töten. Gut. So. Du bist da oben jetzt wieder fällig, ne? Ist dir schon klar. tschüss. Okay. Ich war vorhin schon so weit, ey. Das geht mir auf den Sack und jetzt bin ich wieder hier ganz am Anfang und kann das alles nochmal machen. Mist again? Well said, my lord. So. Für euch habe ich ein kleines Bömbchen. Ne? Das sollte eigentlich seine Arbeit erfüllen. Jo, die beiden sind da oben. Jetzt muss ich Mead noch wegficken und dann habe ich Ruhe da oben. Dann mache ich sie alle fertig. Oh, der hat jetzt ein Loch da oben, glaube ich, gemacht. Ne, doch nicht. Okay. Hätte ja sein können. So, wie mache ich denn jetzt Mead fertig? Schmeißen wir einfach eine Granate runter, ne? Würde ich sagen, das sollte eigentlich... Nein! Ma, echt so eine Scheiße! Weil der da so scheiße steht, da glaube ich, muss ich mir mit... Nein! Nein! Komm, ich wollte mich doch echt verarschen. Du kannst doch jetzt nicht den Typen da dran lassen. Was soll denn das? Ah. Boah, Glück, habe ich ein Schwein. Boah, ich habe echt gedacht, der tötet mich jetzt. Weißt du was, du kannst mich jetzt mal sowas von am Arsch lecken. Du dummer Wichser. Nee! Mein Gott, ey! Bin ich so doof! Ah. Wo ist denn die Mine? Ich habe die gelegt, aber die hat nicht gezündet. Mein Gott. Das ist... Na. Toll! Habe ich gut gemacht. Richtig gut habe ich das gemacht. Könnt ihr mich alle mal loben für. Was ist denn was? Ich schmeiße jetzt da unten erstmal das Schaf rein. Das bietet sich gerade so an. Echt. Könnt ihr euch alle mal verpissen, ihr drei Typen da unten. Ich hasse euch. Ich hasse euch so dermaßen. Dummen Scheißdinger da. So. Jetzt passen wir auf hier. Guck mal. Bam! Ja, und keiner ist tot, oder wie? Toll. Ich brauche doch meinen zweiten Typen einfach als Rückendeckung, falls der eine verkackt und jetzt... Ich schaffe das eh wieder nicht. Es ist... Diese blöde Hure da unten. Ey, der geht mir so auf den Sack. Ja, dat bringt's ja. Oh, ich treffe diesen scheiß Met da unten einfach nicht. Oh, Mann. Ja, komm. Spring noch ein paar Mal gestört umeinander.